Ja, herzlich willkommen zu unserer kleinen Online-Veranstaltung. Wir sind hier im Literaturforum im Brechthaus zur Lesung von Hengameya Gubifahrer, Ministerium der Träume. Mein Name ist Margarete Stukowski, ich moderiere das heute und ja, hallo an die Leute im Internet. Wobei das weird ist, weil für die sind ja wir, die Leute im Internet, dieb, oder? Das stimmt. Aber es sind immer die anderen. Und ja, wir nehmen das hier auf. Kennst du das, dass man so bei Sachen ohne Publikum mega aufpassen muss, was man sagt, weil man so das Gefühl hat, man unterhält sich, aber es wird alles aufgenommen? Ähm, ja, es ist so Gespräch unter Friends, aber nicht wirklich. Nee, ich habe schon gedacht, vielleicht sollten wir uns siezen, um so ein bisschen, aber nein, wir machen das, wir machen das schon. Ähm, ja, ich stelle dich erst mal vor, falls jemand durch Zufall hier reingeswitcht ist. Ähm, Bio habe ich aus Wikipedia gezockt, hoffe, es stimmt alles. Du bist 1991 in Kiel geboren, aufgewachsen in Buchholz in der Nordheide, kennt man. Ähm, ich habe direkt mal Buchholz in der Nordheide gegoogelt. Ähm, Antenne Niedersachsen, zehn Fakten über Buchholz in der Nordheide. Mein Lieblingsfakt war, die Buchholzer haben ein großes Herz. März 2006 unternahmen 3400 Menschen den Versuch, das größte menschliche Herz zu formen und damit einen Platz im Guinness Buch der Rekorde zu erhalten. Der Versuch schlug leider fehl. Für einen neuen Weltrekord wären 3600 Menschen notwendig gewesen. Schön sah es trotzdem aus. Habe ich nicht mitbekommen. Du warst nicht dabei, oder? Nee. Ja, sad. Aber ja, das ist Buchholz, ähm, IDN. Du hast, äh, Medienkulturwissenschaft und Skandinavistik studiert. Und, ähm, ebenfalls laut Wiki Abschlussarbeit über die Farbe Pink im feministischen Diskurs geschrieben. Dann Texte für die Taz, für die Specs, für die Anschläge, fürs Missy-Magazin. Dort machst du auch Redaktionsarbeit. Du hast die Habibitus-Kolumne in der Taz. Du hast, äh, zwischendurch ein Essay getroppt, der hieß, ich war auf der Fusion und alles, was ich bekam, war ein blutiges Herz. Erschienen bei Sukkultur. Du machst den Podcast auf eine Tüte. Du hast mit Fatma Aydemir, Eure Heimat ist unser Albtraum herausgegeben. Erschienen bei Ullstein. Bestseller natürlich. Ähm, und apropos Farbe Pink und Albtraum. Das Buch, das Ministerium der Träume, ist jetzt bei Blumenberg erschienen. Und auch Bestseller. Richtig. Ja. Und, okay, Spiegel-Bestseller, ja. Aber wusstest du, dass du auch Amazon-Bestseller-Rang Nummer 7 in orientalischer Literatur bist? Ich war sogar mal Platz 1 dort. Echt? Ja. Wie findest du? Ich hab's mir so angeguckt, es gibt da so ein Mix aus so meinem Roman, aber auch so skandinavischen Krimis. Mhm. Also irgendwie so eine Fantasy-Rubrik. Ich war mit meinem ersten Buch, mit untenrum frei war ich, in erotischer Literatur. Ich weiß nicht, wie viele Leute das dann gekauft haben und dann so, äh... So ein Downer. Irgendwie fühl ich's nicht. Naja. Ähm, okay. Okay, ähm, aber jedenfalls, ja, Bestseller völlig verdient. Es ist ein geiles Buch. Ähm, es ist ein spannendes Buch, ein lustiges Buch. Und, ähm, eine der Rezensionen bei Amazon, darf ich sie vorlesen, weil sie war so süß. Ähm, ich habe das Buch angefangen und nicht mehr aus der Hand gelegt. Normalerweise bin ich keine Lesemaus, aber dieses Buch ist so spannend und poetisch geschrieben, dass sich die Seiten von selbst umdrehen. Cute. Turns you into Lesemaus. So, und am Anfang habe ich, ähm, zwei kurze Fragen, bevor du anfängst, was zu lesen. Äh, wolltest du eh schon immer einen Roman schreiben? Und wenn nein, warum hast du? Ich wollte schon immer. Ich habe schon so in der Grundschule, als ich so gelernt habe zu schreiben, immer so Kurzgeschichten geschrieben. Ähm, waren jetzt nicht von bester Qualität. Jeder zweite Satz war so und dann, aber plötzlich, auf einmal. Ähm, ja, aber warum erst jetzt? Naja, braucht halt ein bisschen Zeit, bis man auch gut schreiben kann und nicht nur schreibt. Ja, und war das für dich ein sehr großer Unterschied zwischen Kolumnen schreiben, Essays schreiben und jetzt einen Roman zu schreiben? Auf jeden Fall. Also, ich glaube, die zwei größten Unterschiede waren so Zeit und Geduld. Ich bin unfassbar ungeduldig und will immer, dass alles so schnell fertig ist. Und wenn du dann so eineinhalb Jahre an irgendwas schreibst, dann, oder irgendwie zwei Jahre, dann musst du so am Ball bleiben und kannst dann nicht sagen, okay, das ist voll der Schrott. Ich will das nicht mehr machen oder so, weil sonst musst du auch Vorschuss zurück überweisen. Und der zweite Unterschied ist so, zu lernen, mehr zu erzählen, statt immer zu erklären. Ja. Verstehe. Ähm, jetzt ist das Buch raus. Es ist scheiß Corona. Fehlt dir so, das jetzt eine Lesereise zu haben? Oder denkst du so, boah, ich bin eigentlich voll froh, dass alles online ist? So und so. Also, ich fand es schon noch anstrengend, so ständig im Zug zu sitzen und kaum zu Hause zu sein. Und wenn ich zu Hause bin, schnell nur Wäsche waschen und so der Tour-Hack-Mack. Und andererseits fehlt es mir voll, so vor Publikum zu lesen, weil ich irgendwie, ist einfach eine andere Connection, wenn du so in deiner eigenen Wohnung sitzt und so Leute im Chat irgendwie Fragen stellen können, wenn überhaupt. Und, ähm, ich fand so die Gespräche nach den Lesungen eigentlich immer so ziemlich sweet. Ja. Ja, mal schauen. Ja. Vielleicht. Vielleicht dann 2022. Für Taschenbuchausgabe. Vielleicht. Let's see. Okay, dann würde ich sagen, wir fangen an, dass du ein erstes Stück liest. Okay. Ich lese das erste Kapitel, also das Kapitel nach dem Prolog. Eigentlich heule ich nicht laut. Ich habe es in dem Moment verlernt, als Momon, meinem siebenjährigen Ich, in einem spürtischen Ton erklärte, dass laut heulende oder überhaupt heulende Mädchen hässlich seien. Und welches Kind will das schon? Dick, ausländisch, schwach und hässlich sein. Aber in diesem Moment ist alles vergessen. Alle Regeln, jede Sprache, mein eigenes Gesicht. Tränen, Regen, das Ende der Welt, alles prasselt eimerweise auf meine haarigen Zehen. Sie hat immer gesagt, ein Ende ist auch immer ein Anfang. Manchmal ist es halt der Anfang von etwas Beschissenem. Ein hupendes Auto reißt mich zurück. Seine Scheinwerfer blenden mich. Mit einem Reifen steht es auf dem Gehsteig. Ich stelle fest, dass es eine Einfahrt ist, die ich mit meinem mächtigen Körper blockiere. Der Fahrer macht hektische Handzeichen. Bist du schwer vom Begriff oder was? Ruft er durch sein heruntergekurbeltes Fenster. Ich schaue ihn schweigend an und frage mich, ob es ihm das wert war, die Scheibe herunterzulassen und seinen Regenschutz aufzugeben, nur um einen Spruch zu drücken. Was für ein dummer Wichser hält sich wohl für besonders geil, weil er das Gesetz der Straße durchboxt? Überfahr mich doch, du Hundesohn, will ich brüllen, aber ich sage nichts und gehe weiter. Unter jeder noch so durchlässigen Überdachung stehen Menschen auf der Sonnenallee dicht aneinander gedrängt, obwohl der Wind sicherstellt, die Nässe trotzdem von allen Seiten in ihre Richtung zu wehen. Ich laufe an ihnen vorbei, sie sind mir egal, genau wie die vorbeirasenden Autos, die mich im Minutentakt mit dem dreckigen Wasser aus den Pfützen am Straßenrand vollspritzen. Alles schwimmt an mir vorbei, nur der hellbraune Fleck auf meiner Brust nicht. Wer hätte gedacht, dass Erdnusssoße so sturmresistent ist? In diesem Moment ist dieser Fleck das Relikt einer Zeit, auf die ich nun keinen Zugriff mehr habe. Dabei ist er nur einige Stunden alt, er manifestierte sich auf meinem Shirt, als ich nach meiner Schicht auf dem Bordstein vor dem südanesischen Imbiss saß und die nächtliche Anonymität genoss, in der ich ungestört mit meinem Sandwich rummachen konnte. Der Inhalt landete überwiegend in meinem Mund, doch dieser große Fleck löste sich vom restlichen Sandwich und wurde im Fallen von meiner Brust abgefangen. Ich blickte mich um, niemand war in der Nähe, also zog ich mein Shirt zu meinem Mund hoch und leckte die Soße ab, bis nur noch ein dünner Film von mir übrig blieb. Zu Hause angekommen war ich so erschöpft, dass ich mich auf die Matratze legte und die Augen schloss. Ich erinnere mich nicht mehr daran, was ich träumte. Ich weiß nur, dass ich irritiert war, als die Türklingel mich weckte. Vor meinem Fenster zitterten die Äste, dahinter grauer Himmel. Der Wind schlug sie gegen meine Scheibe wie eine Vorwarnung. Beim zweiten Klingeln verließ ich das Bett und zwang mich in den Flur. Ja, hallo, krechste ich in den Hörer der Türsprechanlage und spürte mein Herz rasend, als sich am anderen Ende der Leitung die Polizei ankündigte. Überfordert drückte ich ihn die Eingangstür auf. Während die Beamten sich in den dritten Stock zu mir hochschleppten, kontrollierte ich alle offenen Flächen im Wohnzimmer auf Graskrümel, Pillen und weiße Pulverklümpchen. Im Spiegel bemerkte ich, dass ich immer noch mein dreckiges T-Shirt trug und zog mir wenigstens eine Hose an. Eine Faust schlug forsch gegen meine Wohnungstür. Ich atmete tief aus und drückte die Türklinke herunter. Vor mir standen zwei Typen. Einer von ihnen mit beschlagener Brille, der andere mit vom Regen tropfendem Schnauzbart. Guten Tag, sind Sie Nasrim Bezadi? Grüßte mich der mit dem Bart. Und ich nickte. Wir würden gern mit ihnen unter vier Augen sprechen. Ich sagte nichts, blieb vor ihnen stehen und blockierte die Sicht ins Innere meiner Wohnung. Könnten Sie vielleicht? Begann einer von ihnen, doch ich ließ ihn nicht ausreden. Wenn es um die Familie aus dem vierten Stock geht, kann ich Ihnen versichern, dass es sich wirklich nicht um einen kriminellen Clan handelt, schoss es aus mir heraus. In den letzten Monaten waren schon einige Beamte wegen dubioser Befragung in unserem Haus gewesen. Verbelüft wechselten die beiden wieder einen Blick. Einer schüttelte nur den Kopf und zog seine grauen Brauen hoch. Vielleicht lassen Sie uns einfach mal kurz reinkommen? Etwas widerwillig machte ich einen großen Schritt nach hinten. Bestimmt traten die beiden in meine Wohnung. Ich nickte in Richtung meiner Küche und dachte darüber nach, später unbedingt jeden Zentimeter meiner Bude mit dem Salbei auszuräuchern, den meine Kollegin Gigi mir neulich geschenkt hatte, oder nach Wanzen abzutasten. Die matschigen Spuren ihrer Stiefelsohlen würden mich sicher zwei Stunden und eine halbe Flasche Putzmittel kosten. Haben wir sie geweckt? Fragte mich der mit der Brille und vergewisserte sich mit einem Blinzeln auf seine Uhr, dass es tatsächlich schon Nachmittag war. Nein, nein, luge ich und ärgerte mich über die Frage, deren Antwort so offensichtlich war, während ich eine Karaffe mit Leitungswasser füllte. Etwas ungeschickt knallte ich sie neben drei Gläsern auf den Tisch. Eigentlich war ich noch viel zu verballert, um Gastgeberin zu spielen, doch in meinem Kopf schob ich die ersten Filme. Wer würde überhaupt mitbekommen, wenn sie mich in meiner eigenen Wohnung abknallten? Bis jemand checken würde, dass ich tot bin und nicht am Ghosten oder Schlafen, könnten ein, zwei Tage verstreichen. Bis dahin würden sich die Cops bestimmt irgendwelche Anhaltspunkte aus dem Arsch ziehen, weswegen sie sich gegen mich wehren mussten. Türsteherin kommt bei Hausbesuch in Neukölln ums Leben, würde die BZ Sensationsgeil titeln, wobei das schon eine verdammt lange Überschrift für ihre Verhältnisse wäre. Wahrscheinlich eher sowas wie Razzia, Türsteherin stirbt. Während ich ein paar Mandeln in ein Schälchen schüttelte, warfen die beiden sich merkwürdige Blicke zu. Vielleicht waren sie eine solche Gastfreundschaft nicht gewohnt, witzelte ich noch mit mir selbst und dachte genüsslich daran, später Nusch davon zu erzählen. Überfordert wegen Wasser und Nüssen. Schließlich setzte auch ich mich an den Tisch und schaute die Männer erwartungsvoll an, bis der Erste sich räusperte. Frau Besadi, wir sind heute hier, weil wir verpflichtet sind, Sie über etwas zu informieren, setzte der mit dem Bart an. Leider gehört es auch zu unseren Aufgaben, manchmal unangenehme Nachrichten zu übermitteln. Stutzig schenkte ich ihnen Wasser ein und bemerkte, dass meine Hände nicht mehr ganz so ruhig waren. Der mit der Brille hatten sie sich eigentlich vorgestellt, holte tief Luft und sprach einen Satz, der mich erschütterte wie ein Hammer, der gegen eine Glasscheibe klirrte. Es fehlt das Klatschen, oder? Oh Mann, ey, ich finde online so weird. Wobei ich auch ohne Klatschen gut klarkomme. Ich kriege immer so ein bisschen Anxiety, wenn so ein langer Applaus ist. Ich bin immer so, hört auf, Leute. Bin zu schüchtern. Ja, ich glaube, man verrät nicht zu viel von der Handlung, wenn man sagt, was Nasrin dann erfährt, als da die Polizei bei ihr ist. Es geht um den Tod der Schwester Nusheen. So viel kann man verraten. Und der Roman ist im Grunde die Geschichte der Nachforschung zu diesem Tod. Wie ist sie gestorben? Ist sie überhaupt gestorben? Was ist da vorgefallen? Wer weiß was? Und die Familie, aus der die beiden kommen, ist aus Teheran nach Deutschland gekommen. Das heißt, es geht hauptsächlich um Konflikte innerhalb der Familie mit der Mutter, dann mit der Tochter der Verstorbenen, vielleicht Verstorbenen, man weiß es nicht, Schwester. Und das Ganze spielt Anfang der 80er Jahre. Und weil es eine iranische Familie ist, gibt es auch, also reden sie auch persisch miteinander. Und du hast teilweise in dem Buch so kleine, entweder persische Wörter einzelne oder kurze Sätze, die dann manchmal auch nicht übersetzt sind, sondern einfach mit drinstehen. Was war die Idee dazu, dass du das so machst, wo du weißt, okay, die meisten Leute verstehen nicht, was da steht. Ja, ich hatte so ein bisschen überlegt, ob ich das dann so übersetze. Und dann kam mir das so zu erklärend wiederum rüber. Und ich dachte, naja, viele Leute werden auch die englischen Passagen nicht verstehen. Zum Beispiel meine Eltern, wenn sie das Buch lesen. Und natürlich gibt es mehr Leute, die das eine verstehen als das andere. Aber ich glaube, das Ding ist, du musst auch ein Buch oder die Sprache eines Buches nicht vollständig verstehen, um zu spüren, was da los ist. Oder um so einen Zugang dazu zu haben. Oder es gibt ja auch so super viele queere Begriffe oder Anglizismen, die so dann vielleicht ältere deutsche LeserInnen nicht checken. Ich habe am Anfang gedacht, als das das erste Mal auftauchte, so okay, google ich das jetzt. Und dann dachte ich, okay, aber wie viel Geheiminformation musst du da reingesteckt haben, dass wenn ich das jetzt nicht google... Ja, wenn man nur die persischen Sitze nimmt, kommt eine ganz neue Verschwörungssuche raus. Das ist eine ganz andere Geschichte. Nee, aber bezüglich der englischen Zitate oder sagen wir mal der Pop-Zitate. Es gab eine Frage von Insta. Ich habe ja vorher vor der Veranstaltung hier gepostet. Leute können Fragen einreichen und wir werden das kuratieren und ein paar davon hier aufnehmen. Und eine Frage von Lea Luyer war, die Zitate aus den Songtexten interessieren mich. Welche Funktion haben die? Also sie haben nicht in dem Sinne eine bestimmte Funktion, außer vielleicht Stimmung reinzubringen. Und also Musik spielt natürlich eine große Rolle für Nas, die Protagonistin. Sie arbeitet im Nachtleben. Sie ist ja Türsteherin in einer queeren Bar. Und so beim Aufwachsen in der Provinz war auch so Musik voll der Anker für sie. Internet gab es damals noch gar nicht so. Und deswegen sind die auch so in ihren Gedanken so fest verankert. Und dann sind es in den Rückblenden, die vorkommen, Musik aus der Zeit und die gegenwärtigen Musikzitate sind dann aus allen möglichen Äras. Gibt es eine Playlist zum Buch eigentlich? Ja, gibt es. Wo gibt es die? Auf Spotify. Ich habe die selber kuratiert. Findet man, wenn man deinen Namen eingibt? Ja, du kannst einfach im Ministerium der Träume eingeben und dann kommt das Hörbuch und eine Playlist und wahrscheinlich mehrere Playlists, weil manche Leute auch eine Playlist dazu gemacht haben und sie mir geschickt haben. Aber unterscheiden die sich dann von den verschiedenen Aufnahmen oder verschiedenen Remixes? Einfach meine ist vollständiger. Okay. Amateurversionen und Directors. Okay. Und noch eine Frage von Insta. Boris Blocksberg, wahrscheinlich der echte, fragt, vielleicht stehe ich metaphorisch auf dem Schlauch, aber vielleicht kann die Bedeutung des Titels noch ein bisschen näher erklärt werden, also besonders, wenn es ein Ministerium der Träume ist. Ja, das Ministerium der Träume hat nichts mit irgendwelchen Behörden zu tun. Man würde es vielleicht vermuten. Und auch nichts mit Horst Seehofer. Auch das vermuten manche Leute. Es ist der Kopf. Also ein Ministerium ist ja der Ort, wo Dinge verwaltet werden und sortiert werden oder manchmal auch Akten geschreddert werden. Und das Ministerium der Träume ist der Kopf, wo quasi neben Erinnerungen, Traumata, Ängsten und Wünschen auch Träume mit drin sind. Und wir sind quasi im Kopf von Nars in ihrem Ministerium der Träume. Hattest du alternative Titel, bevor du dich auf den festgelegt hast? Ich hatte, das war so mein allererster Arbeitstitel auch. Ich hatte tatsächlich Traumafabrik mit so eingeklammerten A so mit überlegt. Das kommt ja auch in dem Buch vor. Und ansonsten dachte ich auch Trip, weil es so, es gibt irgendwie auch einen Roadtrip. Es ist irgendwie ein Trip in die Vergangenheit. Es geht um so Psychokram. Auch Drogen werden konsumiert. Aber dann war mein Lektor so, das klingt nach so einem Berlin-Roman. Ja, ja. Und Fatma Aydemir, der ich den Titel auch gepitcht hatte, meinte, das klingt nach so einem Sisyphos-Roman. Ich war so, okay, never mind. Ja, Traumafabrik. Ich muss sagen, also es geht ja viel um Traum und Trauma in dem Buch. Und ich dachte, da wo zum ersten Mal das Wort Traumafabrik vorkommt, dachte ich so, hm, ist schon billig. So, und, also, no offense, so, aber ich dachte, ja, Traumafabrik, so Wortspiel-Spaß, aber es ist eigentlich voll genial, weil Traum und Trauma ist zwar sozusagen wortmäßig verwandt, aber Träume tauchen ja auch, also wenn man ein Trauma hat, dann spiegelt sich das ja in den Träumen wieder. Und es ist ein, also bei vielen Leuten ein Hauptbestandteil, dass sie von Albträumen nicht wegkommen und dass sie immer wieder in den Träumen das durchleben, in verschiedenen Varianten, was ihnen passiert ist. Und was ich richtig gut finde, es gibt eigentlich im Moment in so öffentlichen Diskussionen eine Verharmlosung von ganz vielen, so Psychologie, Psychotherapie, Analysebegriffen. Trauma gehört dazu, Trauma und Retraumatisierung, Trigger gehört dazu, Safe Space gehört dazu, Triggerwarnung, diese ganzen Sachen. Und es wird darin manchmal dann so dargestellt, wie Trauma ist sowas wie, oh, jemand hat ein falsches Wort gesagt und deswegen wird dir jetzt schlecht. oder, also weiß nicht, irgend so eine richtig blöde, billige Variante von Trauma, was halt was total krass ist. Und geht dir das auch so, dass du manchmal so das Gefühl hast, jetzt haben wir diese ganzen Begriffe und voll viele Leute wissen, was ein Trigger ist oder ein Trauma oder so, aber es wird benutzt einfach wie Müll und am liebsten würde man das alles wieder wegschmeißen. Ja, ich glaube, dass so diese Popularisierung von so Psychologie so ein Fluch und Segen zugleich ist. Also es gibt, glaube ich, sicher Leute, die tatsächlich über so Social Media darüber als erstes erfahren und dann irgendwie sich mit sich selbst auseinandersetzen und dann doch eine Therapie suchen, weil sie merken, ah, vielleicht habe ich eine Angststörung oder so. Und gleichzeitig dieser Gebrauch, der so jegliche Bedeutung dahinter so verschwimmen lässt, führt uns nicht weiter und macht Sachen irgendwie schwieriger oder meine Therapeutin ist immer so, ja, du sagst immer so, du hast dies, du hast das, also nicht so Diagnosen oder sowas wie Dissoziieren oder so, aber du erklärst gar nicht, was genau bei dir passiert und es wäre interessanter zu hören, was genau meinst du damit und ich glaube, das ist so ein Ding, was wir, was viele von uns so verlernt haben, Sachen nicht so als eine Kategorie so einfach so zu sagen, sondern so spezifischer zu werden, was meinen wir wirklich damit? Also das, und das geht so in sehr viele Ebenen rein, also du kannst dann auch darüber diskutieren, was wird gemeint, wenn man sagt Frauensternchen, warum sagt man nicht konkret, wer ist jetzt genau gemeint? Geht es um Leute, die schwanger werden können, geht es um Leute, die Street Harassment erfahren und so weiter und so fort? Und, ja, genau, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Und dieses ins Trauma zurückfallen, davon Träumen, Erinnerungen, was ist wirklich so passiert, was ist anders passiert und so, das ist im Grunde so das, was die Erzählung des Romans strukturiert, also man geht sozusagen mit, mit der Hauptfigur und erlebt diese Sachen mit und da spielen, sie titeln halt Träume auch eine wichtige Rolle, die immer wieder auftauchen. Und Träume in Literatur sind ja manchmal so ein bisschen so eine schwierige Sache, weil manchmal werden die so benutzt, als würde man so verarscht werden. Es passiert irgendwas, so man denkt so, wow, wie passiert das denn? Und dann so, verschwitzt wachte ich auf. Also, man hat so das Gefühl, ja, komm, man musste das jetzt sein. Es gibt lustigerweise eine neue Podcast-Folge, kennst du Sexy und Bodenständig? Nein. Nee, es ist ein Podcast von Übers Schreiben, sogenannter Entlastungspodcast für AutorInnen von Alena Schröder und Tilreta. Und die aktuelle Folge ist über Träume und da fangen die beiden auch an so zu reden, so, ja, Träume in Romanen, warum macht man das und so? Also, es geht so ein bisschen in so eine Richtung von, ich wüsste jetzt nicht, warum ich einen Traum erzählen soll. Und dann, ich dachte so beim Hören, nein, aber lest mal Hänge an mich das Buch, es kommt voll geil drin vor. Und dann sagt Til das sogar so. Aber ein voll gutes Beispiel im Serium der Träume. Und das stimmt. Und du machst es halt nicht so, dass man sich so verarscht fühlt oder man so denkt, oh, jetzt ist es bestimmt ein Traum. Warte, ich gucke mal kurz vor. Oh ja, hier wacht sie auf. Sondern es ist einfach gut eingebaut und man merkt dann zwar, dass es der Traum ist, aber man hat nicht so das Gefühl, du willst einem noch so was reindrücken im Sinne von und hier betreten wir den großen Bereich des Unbewussten. und wie hast du entschieden, das so einzubauen? Weil, wie gesagt, ich denke, es ist immer ein bisschen so ein Risiko beim Schreiben, das dann sozusagen zu sehr in die Fresse zu formulieren, dass es zu symbolisch ist oder so, dass es eigentlich keine Funktion hat. Was waren deine Überlegungen dazu? Also es war auf jeden Fall die ganze Zeit so eine Gratwanderung, dass ich erst mal angefangen habe beim Schreiben. Also es war quasi nicht im Initialgedanken zum Buch war nicht so, boah, da sollen mega viele Träume vorkommen. Und dann kam es eher so beim Schreiben und weil es auch viel um das Thema Wahrnehmung geht und es gibt auch Sequenzen, wo es unklar ist, ob gerade was geträumt wird, ob was wirklich passiert oder irgendwie eine Psychose kickt oder so. Und da fand ich das so interessant, damit so herum zu experimentieren und so zu gucken. Ich glaube, ich habe auch ein paar Traumszenen noch gestrichen, weil es dann auch irgendwie too much wurde. Ja. Eine Frage, eine kurze Frage, aber ich weiß gar nicht, ob du sie beantworten willst, bevor du nochmal liest. Von Insta auch. Notizbuch gefunden, fragt, mich würde interessieren, was es mit der Symbolik oder Metaphorik der Telefonzellen auf sich hat. Also Telefonzellen spielen eine Rolle. Willst du das erklären oder denkst du, die Leute sollen selber sich mal jetzt dazu denken? Ich glaube, da kann man selber überlegen, was man damit assoziiert. Und ich glaube, die einen Leute werden krasser assoziiert, so mit Telefonzellen haben und die anderen können so nach Verweisen im Buch suchen. Genau. Ja. Okay, dann würde ich sagen, du liest den nächsten Teil. Genau, der nächste Teil ist so ein gemeinsames Essen zwischen Nas, ihrer Mutter und ihrer Nichte. und zwar kurz nachdem, also auch relativ am Anfang, nachdem so klar ist, okay, ihre Schwester Nuschin ist jetzt erstmal weg. Momon hat Palvin versprochen, so lange bei ihr zu bleiben, wie sie will. Palvin geht zur Schule, ich zur Arbeit, Momon kocht und putzt bei ihr, wir essen zusammen. Energietechnisch ist es recht kostspielig, aber trotzdem ein guter Deal für mich. Wenn ich etwas von Nusch gelernt habe, dann ein Auge für gute Deals mit unserer Mutter zu entwickeln. Die Kunst, abzuwägen, wann es sich lohnt, in Streitgesprächen mit Momon das letzte Wort zu haben und wann man es mit der Konfrontation sein lässt, hat Nusch immer perfekt beherrscht. Die Uhr tickt aufdringlich, als wir in Nuschins Wohnzimmer am Esstisch sitzen und Kormesab sie essen, den Eintopf der stundenlang in der Küche geköchelt hat. Wobei Essen etwas übertrieben ist, denn ich bekomme nur schwer etwas runter und auch Palvin stochert lustlos auf ihrem Teller herum. Schweigend beobachte ich sie und denke über ein Gesprächsthema nach, um die Geräuschkulisse der seit Stunden vögelnden NachbarInnen im Stockwerk über uns zu übertönen. Selbst bei geschlossenen Fenstern heilen ihre Stimmen so laut durch den Hinterhof, dass ich ab und zu sorry, dass ich mich ab und zu umdrehe, um sicher zu gehen, dass sie wirklich nicht neben mir bumsen. Ausgerechnet Momon durchbricht die Stille mit einem Zungenschnalzen. Was ist mit Nuschins NachbarIn los? Ich höre sie den ganzen Tag schon heulen. Das ist doch nicht mehr normal. Ist sie psychisch krank oder was? Palvin schaut kurz zu mir und konzentriert sich sofort wieder auf ihren Reis. Momon stößt sie mit dem Ellbogen an. Ist sie immer so? Denkst du, wir sollen mal hingehen und fragen, was los ist? Die, der ganze Hinterhof kann schließlich mithören, wie sie schluchzt und keucht und ich glaube, du musst dir keine Sorgen machen, Momon, unterbreche ich sie. In Berlin mischt man sich nicht ein, wenn jemand zu Hause weint. Mit zusammengedrückten Brauen schaut sie mich an. Wenn jemand weint, okay, aber so ein Heulkrampf ist doch auffällig. Vielleicht braucht sie einen Arzt. Wie stellst du dir das vor, Momon? Soll ich da anklopfen und fragen, Entschuldigung, sind sie psychisch krank? Naja, etwas höflicher kann man es schon formulieren. Für ein paar Sekunden starre ich an die Decke und hole Tiefluft. Die Lava auf meiner Zunge muss abkühlen, bevor ich sie beim Reden ausspucke. Klar denkt sie, dass es Heulgeräusche sind, wenn ihre Kinder nie laut weinen durften und sie 40 Jahre lang keinen Sex mehr hatte. Ich glaube, es geht ihr gut, Momon. Es sind keine Heulgeräusche. Das sind Sexgeräusche. Sie hat Sex. Sie ist nicht krank. Laut schnappt Momon nach Luft und verdreht ihre Augen in Palins Richtung. Nasrin sagt sowas nicht. Das geht schon seit Stunden. Sie hat doch nicht seit heute Morgen. Das ist doch nicht normal. Palin schaut mich amüsiert an. Für sie scheint diese Tischunterhaltung eine willkommene Ablenkung zu sein. Ich hingegen kämpfe dagegen an, meine Stimme zu erheben. Hör mal, presse ich zwischen zusammengedrückten Szenen hervor. Ich glaube, du solltest aufhören, alles als krank zu bezeichnen, was nicht in dein Weltbild passt. Nur weil du noch nie solchen Sex hattest und auch jede nur angedeutete Annäherungsszene in Filmen vorspulst, heißt das nicht, dass das nicht vorkommen kann. Misch dich einfach nicht ins Leben der Nachbarin ein. Was weißt du schon über psychische Gesundheit? Nusheen war seit ihrer Kindheit depressiv und was hast du dagegen unternommen? Ein Scheiß. Sie lacht so laut und schrill, dass ich Angst bekomme. Willst du mir jetzt ihren Tod in die Schuhe schieben, weil ich ihr gesagt habe, sie soll sich zusammenreißen? Ich habe mich mein ganzes Leben zusammengerissen während des Regimewechsels, des Kriegs, als ich alles hinter mir gelassen habe, als mein Mann ermordet wurde und ich habe mir den Arsch abgearbeitet, damit ihr überhaupt eine Chance in diesem Land habt. Und jetzt willst du so tun, als wäre der Autounfall ein seit Jahren geplanter Selbstmord, der meine Schuld ist? Du tust deiner Schwester Unrecht. Euer Vater ist gestorben, damit ihr leben könnt und du denkst, sie würde das alles einfach so über Bord werfen? Nicht jeder ist so undankbar wie du, Nasrin. Mein Gesicht wird zu stein, hart und kalt. Wie scheiße kann man eigentlich sein? Mädchen, die einzige Person, die sich hier scheiße verhält, bist du. Wie redest du überhaupt mit deiner Mutter? Ich rücke den Stuhl zurück, will aufstehen und gehen, doch dann sagt Palvin etwas, das mich wieder zum Erstarren bringt. Vielleicht haltet ihr mich jetzt auch für verrückt, murmelt sie. Ich glaube auch nicht, dass es ein Unfall war, aber wenn ich etwas weiß, dann, dass Mama sich nicht umgebracht hat. Sie hat in den Tagen, bevor sie verschwunden ist, viel telefoniert und wirkte irgendwie gestresst, aber nicht depressiv. Vielleicht ist irgendwas anderes passiert, was, wenn sie gar nicht tot ist. Dankeschön. Ich finde, das ist so eine Szene, wo man gut mitbekommt, wie so diese Figuren, über die du geschrieben hast, einem ziemlich schnell total nahe kommen. Also so diese Mutter, die irgendwie völlig falsch versteht, was da los ist und man hat so das Gefühl, okay, wer sagt es ihr? Und dann irgendwie die Jüngere ist halt so, okay, wow, ich sage mal nichts und dann sagt es Nasrin und man hat so ziemlich schnell sehr so Typen vor Augen und ich wollte hier einen Tipp geben, Werbung, Reklame für deinen Insta-Account und zwar diese Brillen-Stories. Du machst diese, was ist los? Du hast ein Highlight, also für Leute, die das jetzt noch nicht kennen, es gibt ein Highlight auf deinem Insta-Account und da sind, ich weiß nicht wie viele Brillen, Sonnenbrillen oder normale Brillen, die du aufhast und dazu gibt es immer so eine Beschreibung, irgendwie so, keine Ahnung, Detlef, 57, arbeitet im IT-Management, bla 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 bla, irgendwie so, so ein Charakter und man hat sofort 100% diese Person vor Augen und das ist so eine Mischung aus Humor und extremer Beobachtungsgabe, weil nicht jeder kann das, also Leute, normalerweise würden sie so, jetzt bin ich so ein Michael oder so und dann wird es aufhören und bei dir ist so, bam, kompletter Roman zu dieser Person geschrieben. Warum, warum machst du das? Ich weiß es auch nicht. Es ist so lustig, es ist mega lustig, wirklich, ich habe schon mehrmals Leuten davon erzählt und dann das irgendwie so, hier, guck mal, das ist so lustig und alle so, was, jetzt gucke ich mir Instastories von Leuten an, die ich nicht kenne und ich so, doch, doch und dann so, geil, 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 das ist einfach Witzel. Es war so, es ist so richtig random entstanden, ich war mit meinen Eltern im Brillenladen, weil wir meiner Mutter eine Brille schenken wollten. Aber dann habt ihr 2000 Brillen gekauft? Nein, dann habe ich aus Langeweile ein paar Brillen anprobiert und habe so eine Story gemacht und war so, ha, ich sehe damit aus, als hätte ich schon neun Romane geschrieben und dann habe ich so immer mehr Brillen und dann immer mehr Story, also dann hat sich das so verselbstständigt. Dann war ich irgendwie bei Rossmann, äh, dann war ich in einem Drogeriemarkt und dort gibt es ja auch so Lesebrillen und habe da weitergemacht. Dann war ich bei meinen Eltern und irgendwie in unserem Haushalt haben alle Leute Brillen getragen und über 20 Jahre wurde nichts weggeworfen, da kannst du dir vorstellen, was sich da angesammelt hat am Brillen. Im Brillenzimmer. Ja, und genau, das ist so, Leute spenden mir ihre alten Brillen, damit ich Storys draus mache. Wirklich? Ja. Das ist keine Einladung, Leute, ich habe nicht so viel Platz für so viele Brillen, aber so kommt, so sammelt, so läppert sich das. Ja, cool. Ich habe eine Frage, die ich nicht stellen will. Ich würde dir vorschlagen, dass ich die beantworte. Okay, bitte. Und zwar die Frage von Judith KLN, wie viel von Hengameh steckt in Nasrin? Ich stelle diese Frage nicht und ich sage auch, warum, weil ich glaube, man sollte wegkommen von dieser Art von Fragen, weil das Ding ist, also erstens eine Sache, Männer werden relativ selten sowas gefragt, meiner Meinung nach, also so von meinen, weiß ich nicht wie viel, zehn Jahren Erfahrung, Buchmesse oder so. Also man stellt es halt eher nicht Männern und es ist natürlich alles von dir steckt in dieser Figur, weil du hast sie ausgedacht und jede andere Figur auch. Du hast auch die Bullen ausgedacht. Also von daher so. Und man würde auch nicht einen Krimi-Autor fragen, haben sie auch schon mal jemanden umgebracht? so, weil wie können sie sich sonst, na, das macht man nicht, ne? Und deswegen finde ich irgendwie, also ich meine, entweder, wenn man von sich erzählen will, dann würde man eine Autobiografie schreiben, oder? Ja, oder Autofiktion und es auch als solche betiteln. Ja, hättest du Bock, eine Autobiografie zu schreiben? Eher nicht. Dann ist es, glaube ich, beantwortet, oder? Also ich finde es so, ich finde es auch, ich weiß, es ist eine normale Frage, ich will die Person nicht angreifen, die gefragt hat, weil Leute sind neugierig, ja? Und es ist okay, wenn man sozusagen beim Lesen überlegt, wie viel davon kommt aus dem real passierten Leben, aber ich finde das als Interviewfrage falsch, weil das so, hab mal Respekt davor, dass es ein Roman ist, es ist alles ausgedacht und wenn was davon so ausgedacht ist, dass man es schon mal irgendwo gesehen hat, naja, aber welchen Unterschied macht es? Ja. Deswegen stelle ich die Frage nicht. Aber eine andere Frage stelle ich, und zwar sowohl bezüglich dieser Insta-Stories mit den Brillen, als auch bezüglich deiner Figuren im Roman, ich finde das beim Lesen oder Angucken immer total entlastend, mir das anzugucken, weil es einen so einen Moment immer gibt von, ja, genau so sind diese Leute und gar nicht mal im Sinne von, die abzuwerten und zu sagen, du bist voll das Klischee, weil so viele Klischees, also sozusagen Leute sind schon individuell, aber irgendwie hat man dann so Archetypen vor Augen, die so an so einzelnen Merkmalen abzulesen sind, hat das für dich auch so eine Funktion von, ich will nicht sagen Rache, aber so das Gefühl, so die Welt so ein bisschen zu sortieren und zu sagen, guck mal, das ist so ein Typ und ich weiß irgendwie schon ungefähr so, weißt du, wie ich meine? So eine Entlastungsfunktion. Also Leute sehr genau zu beschreiben. Es ist nicht unbedingt eine Entlastungsfunktion, würde ich sagen, sondern eher so, manche Dinge können wir so konkret beschreiben, dass man denkt, das kann nur auf eine einzige Person passen und dann merkst du, nee, es ist ein Type und ich könnte auch über dich und über mich eine solche Beschreibung machen und Leute würden sich so kaputt lachen, aber wir würden uns auch kaputt lachen, weil wir wären so, oh Gott, that's so me und es geht nicht unbedingt darum, zu sagen, die Leute sind scheiße, sondern ich sehe diese Leute und they are valid. Ich dachte an einer Stelle, weil du schreibst, irgendwann irgendwelche Frauen stehen irgendwo und rauchen Parisien, ich glaube beim Elternabend oder was. Und dann dachte ich so, was ist jetzt dein Problem mit Leuten, die Parisien rauchen, aber okay. Ich mache das auch manchmal, also es geht gar nicht darum. Also es gibt ja auch Leute, die trinken Wasser und die unterscheiden sich von anderen Leuten, die auch Wasser trinken. Es stimmt. Es ist stimmt. Eine Frage von Insta, die Stelle, oder zwei Fragen waren es, und zwar zum Thema Inspiration. Mello-Syndrom fragt, mich hat das Buch an den Aufbau einer Netflix-Pilotfolge erinnert, vor allem das Ende, in dem ein nicht greifbares, intensives Gefühl hervorgerufen wird, dass die Hauptfigur wieder fokussiert. Äh, ich verstehe den Satz. Ja, also auf jeden Fall das Ende und Netflix-Ähnlichkeit. Und Zoom Bulliak fragt, mich würde interessieren, ob Hengami die Serie Dietland kennt und sich davon hat inspirieren lassen. Kenn ich nicht. Ich habe von der gehört. Ich glaube, das wurde schon mal vorgeschlagen, aber ich habe es noch nie geguckt. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, ob es jetzt eine Krimiserie ist oder ob es was mit Diäten zu tun hat. Mir wurde das auch schon vorgeschlagen, wo ich Leute irgendwie gefragt habe, kennst du einen Film zu? Ich weiß aber nicht mehr, was das Thema war oder eine Serie, aber ich bin überhaupt kein Serienman. Bist du so jemand, so Serien-Bingerin? Es geht. Also ich gucke schon auch gerne mal eine Serie, aber ich bin jetzt nicht diese Person, die so 40 Stunden die Woche Serien ballert. Ich weiß immer gar nicht, wann die Leute das machen. Also ich frage mich immer, was mache ich eigentlich so viel in der Zeit, wo Leute irgendwie sieben Staffeln irgendwas gucken? Weil, hä? So ich habe nicht mal Kinder und irgendwie schaffen es Leute so mit Kindern irgendwie zwölf Folgen hintereinander von, wann macht ihr das alle? Ich verstehe es nicht, aber egal, das ist nicht unser Thema. Unser Thema ist, dass du nochmal liest. Ja. Elternabend. Yes. Genau, also Nass geht jetzt zum ersten Mal auf einen Elternabend, also genau, Nass und Palvin ziehen zusammen. Nass wird der Vormund und sie geht zu einem Elternabend von Palvin. Die Tische im Raum sind zu mehreren Gruppen angeordnet. Ganz hinten in der Ecke sitzen zwei Mütter mit Kopftuch und drei Väter, zwei davon mit dichten Bart, die auf Arabisch miteinander sprechen. Vor ihnen stehen Thermoskan mit Tee und eine Schachtel Datteln. Hamudi, komm rüber, ruft einer von ihnen dem Typen zu, der neben mir steht und sich lachend zu ihnen gesellt. Hamudi sieht sehr jung aus. An der Art, wie seine Tischgruppe ihn empfängt, merke ich, dass es der Bruder und nicht der Vater von irgendjemandem sein muss. Am Nebentisch formiert sich die türkisch sprechende Community, bestehend aus drei Frauen und einem Mann. Auch sie haben sich Snacks mitgebracht, eine aufgerissene Tüte Sonnenblumenkerne, dazu einen leeren Gefrierbeutel für den Müll. Eine der Frauen mustert mich unauffällig und flüstert ihrer Sitznachbarin etwas zu. Als diese sich zu mir dreht, lächle ich ihr zu. Sie wendet sich jedoch direkt ab. Offensichtlich habe ich das kritische Beäugen mit einem Bonding-Versuch verwechselt. An den anderen Tischen wird Deutsch gesprochen. Vor den Leuten steht nichts zu essen. Dafür liegen ein Notizheft und ein Stift bereit. Gelegentlich hat jemand eine Flasche Wasser dabei. Während ich abwäge, welchen Gruppentisch ich mich aufzwängen soll, klatscht mir plötzlich jemand auf den Rücken. Ein wenig irritiert schaue ich mich um und blicke in das Grinsen der Person neben mir. Du bist Nasrin, wahr? Ich nicke verdutzt. Haben wir uns schon mal kennengelernt? frage ich peinlich berührt. Ich will nicht eine dieser unhöflichen Personen sein, die sich an niemanden erinnern. Nö, antwortet sie. Aber ich weiß schon, wer du bist. Parwin und mein Kind Dennis sind befreundet. Ich heiße Sakine. Sie nickt in Richtung des freien Tisches in der ersten Reihe. Eigentlich will ich auf gar keinen Fall so weit vorne sitzen, aber noch weniger möchte ich zu den anderen Leuten, also folge ich ihr. Ich schätze sie auf ein paar Jahre älter als ich. Ihr Stil ist so funktional wie ihr Haarschnitt. Ob sie wohl auch eine migrantische Lesbe ist, rätsel ich und setze mich auf den Stuhl neben ihr. Mein Mann hat nie Bock auf solche Veranstaltungen, brummt sie und holt auch etwas zu schreiben heraus. Scheiße, daran hätte ich denken müssen. Kann ich vielleicht ein Blatt aus deinem Blog? Frage ich und spüre, wie mein Gesicht zu glühen beginnt. Wortlost reißt sie mir vier Seiten raus und holt einen weiteren Werbekugelschreiber aus ihrer Handtasche. Ist dein erstes Mal wahr? Sie formuliert es mehr wie eine Feststellung als eine Frage. Ich nicke beschämt. Sie bietet mir ein Kaugummi an. Ich schüttle nur den Kopf, woraufhin sie die Verpackung vor mir deponiert. Falls du es dir anders überlegst, schmatzt sie in mein Ohr. In dem Moment betritt eine Frau meines Alters den Raum und außer in den hinteren Reihen wird es etwas leiser. Das ist Frau Müller-Hagebeck, mummelt Sakinemitsu. Frau Müller-Hagebeck läuft zielstrebig auf das Pult zu und lässt ihre runde, geflochtene Tasche auf den Tisch fallen. Ist sie jetzt schon schlecht gelaunt oder einfach der Typ Frau mit permanentem Resting-Bitch-Face? Auf jeden Fall merke ich, dass sich der Kleidungsstil von Lehrkräften in den letzten drei Jahrzehnten nicht verändert zu haben scheint. Sie begrüßt uns und teilt Zettel mit den Themen für den Abend aus. Ich überfliege die einzelnen Punkte und bleibe bei Klassenfahrt nach Rostock hängen. Insbesondere bei dem Datum, das bereits in einigen Wochen ist. Was? Es gibt so kurzfristig eine Klassenfahrt? Flüstere ich Sakinizu. Sie wirft mir einen verständnislosen Blick zu. Warum kurzfristig? Das steht doch seit einem Jahr fest. Palwin hat diese Reise nicht ein einziges Mal erwähnt. Ich hätte doch bestimmt schon längst Geld dafür überweisen müssen. Oder hatte Nusch sich vorher darum gekümmert? Hoffentlich, denn mehrere hundert Euro kann ich so spontan nicht aufbringen. Eventuell könnte ich mir von Maman etwas leihen. Nicht, dass sie viel Kohle hätte, aber ich weiß, dass sie in ihrem Unterwäschefach ein paar Scheine zur Seite gelegt hat. Nuschin und ich haben uns als Jugendliche an diesem Fach bedient. Zwar nur zwei, drei Mal, aber das schlechte Gewissen hängt mir immer noch nach. Bereits jetzt fühle ich mich von der Wucht des Abends erschlagen, dabei hatte noch nicht einmal richtig angefangen. Doch ich muss mit meinen Fragen bezüglich der Klassenfahrt mindestens gedulden, bis wir bei Punkt 4 angekommen sind, wenn nicht sogar bis nach der großen Runde, um es unter vier Augen zu besprechen. So sehr ich mich bemühe, bei den ersten Punkten aufmerksam zuzuhören, kann ich mich kaum darauf konzentrieren. Außerdem lenkt mich das Getuschel in meinem Rücken ab. Gibt es ein neues Kind in der Klasse? Wie kommst du darauf? Da vorne in der ersten Reihe sitzt doch eine neue. Nee, kein neues Kind in der Klasse, die gehört zu Parving. Ist das die Babysitterin? Ich glaube, das ist die Schwester. Die Schwester von dem Kind? Nee, von der Mutter. Wo ist denn die Mutter? Ich sehe die nie. Na, die ist doch neulich gestorben, aber die war auch vorher nie da. Ich glaube, sie war Alkoholikerin oder so, ist mit dem Auto gegen Baum gerast. Schlagartig drehe ich mich um und folge den Stimmen bis zu den drei weißen Frauen, die zusammenzucken und verstummen, als sich unsere Blicke treffen. Eine von ihnen errötet leicht und lächelt mich mit zusammengepresstem Mund an. Ihre orange geschminkten Lippen verschwinden dabei. Die dünnen, spermienförmigen Augenbrauen sind zu einer Welle hochgezogen. Ich werfe ihr einen bösen Blick zu und drehe mich nach vorne. Die einzige Genugtuung, die ich habe, ist das Wissen darum, dass ich mir keine Sorgen um eine Bestrafung für diese unsensiblen, ignoranten Bemerkungen überlegen muss. Das hat Gott bereits für mich getan, als er ihre Gesichter erschuf. Ich lache leise in mich hinein, bis Sakhin in mir ihren Ellbogen in die Seite rammt und mir auffällt, dass mich die Lehrerin irritiert anstarrt. Finden sie das etwa lustig, dass der Matheunterricht ausfällt, weil der Lehrer Burnout hat? Ich schüttle schnell den Kopf und entschuldige mich. Als es endlich um die Klassenfahrt geht, schaue ich mich wieder um und bemerke, dass diese Reise tatsächlich keine Neuigkeit für die anderen zu sein scheint. Aus kompetenter Vormund zu outen, warte ich lieber auf ein persönliches Gespräch im Anschluss, auch wenn ich ohnehin schon für den Babysitter gehalten werde. Doch ich fasse das als Kompliment auf. Ist doch schön, nicht so auszusehen, als hätte ich bereits ein Kind aus mir herausgepresst, das meine Brüste durch Saugen und Knabbern zum Absturz gebracht hat, oder dass mein Kleidungsstil nicht so wirkt, als hätte ich mich schon komplett aufgegeben. Eigentlich schäme ich mich für diese Gedanken, Ich will nicht die Person sein, die sich nur durch das Abwerten anderer Frauen, deren Aussehen und Fuckability von ihrer unangenehmen Art abgrenzen kann. Meine Konzentration wandert wieder zum Gespräch um mich herum. Die anderen Eltern fragen, wie viel Taschengeld sie ihren Kindern mitgeben sollen, ob die Aufsichtspersonen wirklich sicher gehen werden, dass die Jungen und Mädchen sich nachts nicht heimlich treffen und wie strikt das Alkoholverbot sei. Ich lausche der Diskussion und erwische mich dabei, wie ich zu jeder sprechenden Person eine negative Assoziation habe. Wie kann man nur so spießig sein? Den Höhepunkt bildet eine Mutter am Nebentisch, die mit irgendeinem süddeutschen Akzent bemerkt, dass die Gefahr ja nicht nur zwischen den unterschiedlichen Geschlechtern lauere, sondern sie sich darüber Sorgen mache, dass ihre Tochter von anderen Mädchen verführt werde. Sie habe ihre Tochter darüber sprechen hören, dass es in der Klasse eine Lesbe gebe. Immerhin können die sich nicht gegenseitig schwängern, ruft die mit den Sperma- Augenbrauen in den Raum, woraufhin ihre zwei Freundinnen losprusten. Also ich gehe jedes Jahr sehr gerne auf den CSD, keucht eine von ihnen zwischen den Lachern. Berlin bleibt bunt. Ich drehe mich irritiert nachher um, ernte jedoch nur ein eifriges Nicken in meine Richtung. Ist das ihr ernst? Die kanackischen Tische in der letzten Reihe haben sich schon längst ausgeklingt. Sie unterhalten sich im Flüsterton, schauen auf ihre Smartphones oder diskutieren intern ihre Fragen zum Thema. Sakine streckt ihren Arm nach oben. Frau Müller-Hagebeck signalisiert ihr, einfach zu sprechen. Sakine räuspert sich. Es ist ja toll, dass für manche Eltern das größte Risiko ist, dass ihre Kinder sich auf der Klassenreise mit ihrer Sexualität auseinandersetzen. Aber mich interessiert vielmehr die Sicherheit der Jugendlichen, die im Osten ganz andere Sorgen als eine mögliche Schwangerschaft haben. Sie Tisch sowie der Annika-Klicke vorwurfsvolle Blicke zu. Lautes Getuschel bricht aus. Jetzt schalten sich auch die hinteren beiden Tische ein. Frau Müller-Hagebeck ist sichtlich überfordert. Sie wischt sich mit einem Baumwolltuch Schweißperlen von der Oberlippe und bittet alle darum, sich zu beruhigen. Doch das scheint niemanden so richtig zu interessieren, bis sie eine kleine Glocke aus ihrer Tasche holt und sie zum Leuten bringt. Ich bitte sie jetzt ruhig zu bleiben. Es gibt absolut nichts zu befürchten. Ich reise seit zehn Jahren nach Rostock und es ist bisher wirklich nie etwas derartiges vorgekommen. Und früher waren die Klassen noch viel mehr. Sie wissen schon, es gab mehr Kinder mit Migrationshintergrund. Kein Grund zur Sorge. Ein wenig angeekelt beobachte ich biografische Zusammenstellung der Schule zu sein scheinen. Sie meinen, weil die Familien der anderen SchülerInnen vertrieben wurden? Frage ich provokant in den Raum. Die Schule hat jetzt nur einen anderen Ruf, das tut auch ihrer Nichte gut, kommt es sofort von hinten. Och Leute, müssen wir jetzt wirklich darüber streiten? Höre ich einen Typen der Marke gewaltfreie Kommunikation fragen. Sönke mit der Nickelbrille. Sakine blinzelt mir zu Wir haben noch einen Punkt auf der Tagesordnung, den würde ich gerne noch besprechen, sagt die Lehrerin mit genervter Stimme. Den meisten geht es wohl auch so, alle wollen endlich nach Hause und beruhigen sich. Sobald der offizielle Teil des Abends beendet ist, eile ich nach vorne zu Frau Müller Hagebeck. Hallo, sage ich etwas kleinlaut. Ich bin Nassim Bezor, die Tante von Palvin. Ich hätte dann noch ein paar Fragen zur Klassenfahrt. Sie schaut mich verblüfft an. Warum das denn? Palvin fährt doch gar nicht mit. Was? Warum? Jetzt weiß ich nicht, wer von uns beiden Verwirrter ist. Sie haben doch schriftlich mitgeteilt, dass ihre Nichte hier bleiben soll, weil es finanziell nicht realisierbar für sie sei. Und auf mein Angebot hin, einen Solidaritätspreis auszumachen und Zuschüsse zu beantragen, haben sie nie geantwortet. Palvin hat die Anzahlung, die ihre Schwester gemacht hatte, wie von ihnen im Brief verlangt, in bar von mir ausgezahlt bekommen. Meinem Gesicht ist wohl abzulesen, dass ich keinen Schimmer habe, wovon sie spricht. Vielleicht sollten sie noch mal mit ihrer Nichte sprechen, sagt sie knapp und wendet sich von mir ab. In dem Abschnitt, den du jetzt gelesen hast, geht es ja so um das Thema sich fremd fühlen, woanders, wer bin ich, wer sind die anderen, was ist der Unterschied und so und das ist eigentlich Thema Identität, aber hast du auch so das Gefühl, wenn irgendwo Identität steht inzwischen, also bla bla, ein Buch über Identität oder ein Interview zu oder Gedanken zu, ein Essay whatever, hast du so richtig, ich habe keinen Bock mehr, weil es einfach diese Identitätspolitik Diskussionen gibt und das Scheißwort Identitätspolitik hat irgendwie Identität so in den Dreck gezogen. Voll, voll viele Leute sagen, ja auch bei meinem Roman, dass es ein Roman über Identität sei und ich denke so, I don't know, ist es eigentlich ein Roman über Verlust? Also man könnte ja alles sagen, man könnte sagen, du hast einen Roman über Trauer, Familie, rechter Terror, Gewalt, Trauma, Identität ist so, was soll ich das sagen? Ich meine, auch Faust ist ein Roman über Identität, weißt du? Jeder Coming-of-Age-Roman ist ein Roman über Identität. Also nenn mir einen Roman, der kein Roman über Identität ist, vielleicht irgendwie so die Schlacht von irgendwas oder so, keine Ahnung oder ich weiß nicht, Bismarckshunderte auch das, aber ja, aber auf jeden Fall es geht bei dir viel um Identität und auch so um die Frage von parallel vielleicht möglichen Leben in anderen Welten ohne Unterdrückung oder mit anderen Mehrheiten und es ist ganz lustig, weil es ist ja eine iranische Familie und ich habe auch kurz bevor ich dein Buch gelesen habe, habe ich das Buch angefangen von Asal Jandran, Betrachtung einer Barbarin, wo es ja auch um eine Familie geht, die aus Teheran oder ich weiß gar nicht, ob direkt aus, aber auf jeden Fall gibt es bei ihr den Satz, ich frage mich manchmal, ob ich im Iran mehr ich geworden wäre und das kommt ja ziemlich ähnlich bei dir auch vor, so diese Frage, gäbe es eine andere Identität, die man hätte haben können, wenn nicht Flucht, wenn nicht Rassismus, wenn nicht Homophobie, wenn nicht whatever, es gibt einen Satz bei dir, da schreibst du manchmal denke ich Maman trauert um das Leben, das wir alle drei nicht haben, sie als Witwe, Nusheen als alleinerziehende Mutter, ich als Lesbe, das heißt es kommt immer so dieses vor, es könnte richtig anders sein, wenn nicht das und das passiert wäre und du hast dieses Zitat ganz vorne von Prince Sometimes I trip on how happy we could be und ich finde bei solchen Überlegungen kommt man manchmal in so eine Ecke von so Utopien, was aber oft auch eine schwierige Ecke ist, weil es immer so, ja es wird halt schnell so sehr hippiemäßig im Sinne von ja und dann wäre Frieden überall und alle würden sich lieben und alle wären glücklich, es wäre immer gutes Wetter und so, so was soll das sein und es gibt natürlich auch total so brauchbare Utopien, aber vieles in dem Bereich ist eher so Teletubby mäßig und findest du man kommt an so überhaupt die Überlegung was von dieser Identität die ich habe ist notwendig oder nicht notwendig, was könnte anders sein, welche Türen hätte es noch gegeben, findest du man kommt da näher ran mit so belletristischer Literatur als mit Sachtexten? Ich glaube das was belletristische Literatur ermöglicht was Sachbücher vielleicht nicht ermöglichen ist, dass es einfach so mitten im Leben ist sozusagen und nicht so theoretisiert und auf so einem ähm entweder so materialistische Ebene runtergebrochen oder irgendwie eine andere politische Ebene, sondern so die Protagonistin ist mehrfach marginalisiert, aber es geht nicht um ihre Marginalisierung primär, also sie erfährt den Elternabend jetzt natürlich schon auch mit einer Kette von Ausschlüssen, aber es geht nicht nur darum, dass sie ausgeschlossen wird, sondern vor allem ja auch darum, dass ihre Nichte mit ihr über sehr wichtige Dinge anscheinend nicht spricht und ich habe von vielen Leuten das Feedback bekommen, dass sie, wenn sie den Roman lesen, mehr nachvollziehen können, warum Leute wie ich so wütend sind und ich denke so, okay, mag sein, aber das war jetzt auf gar keinen Fall mein pädagogisches Ziel so. Sind das Leute, die auch deine Kolumnen kennen? Genau, die sind so, jetzt verstehe ich, warum deine Kolumnen so gemein sind, weil so und so fühlt sich dein Leben an und ich bin so, naja, also es ist jetzt nicht mein Leben in dem Sinne. Ja, das ist, also irgendwie, eigentlich ist es cool, wenn Leute sozusagen durch dein Buch irgendwas schnallen, aber irgendwie ist es so doppelte Beleidigung, weil erstens haben sie vorher die Texte nicht richtig gelesen vielleicht oder sie waren so chillmer. Ist es halt nicht deine Autobiografie so voll? Also ich meine, ich denke auch so, warum muss ich jetzt so ein tragisches Schicksal, wo jemand irgendwie der Vater stirbt, sie müssten fliehen, die Schwester stirbt, irgendwie, sie hat sexualisierte Gewalt erfahren, die Mutter ist so und so, so das alles muss passieren, so Worst-Case-Szenario damit Leute Empathie empfinden. Klar hast du schlechte Laune mit. Ja. Es ist absurd, ja, oh Mann, es tut mir leid. Aber wenn sie was schnallt, ist auch cool. Ja. Ja, ich meine, es ist so ein bisschen, man ist so frustriert, man nimmt, was man kriegen kann. Ja, wirklich, es ist ein bisschen auch wie so Männer, die eine Tochter kriegen und dann sagen, so jetzt, jetzt bin ich irgendwie Feminist und so und man denkt so, mhm, erste Frau in deinem Leben, vorher gab es keine, aber jetzt, wo die eine gehört, so Augen auf. Aber okay, über das Verhältnis zu dem Kind oder Teenager, muss man sagen, die ist 14, hören wir jetzt noch eine Stelle. Ja. Würde ich sagen. Ja. Eine kleine. Ja. Genau. Am nächsten Tag nämlich ist es so, dass Nass mit Pagin reden wollte, aber anstatt mit ihr reden zu müssen, musste sie sie im Kaufhaus abholen, wo sie beim Klauen erwischt wurde und dann geht es so weiter. Wir nehmen den Bus zurück, aber ich wechsle kein Wort, nicht einmal einen Blick mit ihr. Unwillkürlich muss ich an Mammon denken, die mich exakt so in Empfang genommen hat, wenn ich Scheiße gebaut habe. Ich halte sie fest an ihren Handgelenk, aus Angst, dass sie sonst jeden Moment wegrennen könnte und plotte gedanklich ihren Untergang, sobald wir im geschützten Raum unserer Wohnung sind. Aber es muss nicht so laufen wie mit Mammon und mir. Ich bin nicht sie. Mit welchem Satz fange ich an? Wie wäre es mit Ich wusste nicht, dass ich mit einer Diebin zusammenlebe? Puh. Der klingt ziemlich nach Mammon und welche Botschaft transportiert der? Finden wir Diebin auf einmal schlecht? Als Nushin gezockt hat, habe ich sie dabei unterstützt und ihr sogar manchmal eine Wunschliste mitgegeben. Wie viel weiß Parvin darüber? Noch so eine Sache, von der ich wünschte, ich hätte sie Nushin gefragt, als sie noch am Leben war. Auf meine verstorbene Schwester nicht wütend zu sein, fällt mir in Momenten der Hilflosigkeit besonders schwer. Aber bin ich so hilflos? Schließlich habe ich Handlungsmöglichkeiten, Alternativen, mehr Spielraum als Mammon. Im Gegensatz zu ihr reflektiere ich meinen Erziehungsstil. Zurück zur Ansprache also. Welches Bild von der Gesellschaft vermittle ich Parvin, wenn ich das Thema so anspreche? Vielleicht muss deutlicher werden, dass das, was sie getan hat, nicht per se falsch ist, aber in dem System, in dem wir beide uns befinden, sehr problematisch werden und uns viele Schwierigkeiten bereiten kann. Ohne Vorbilder ist es schwer, diesen Zirkel zu durchbrechen. Siri, wie sieht linksradikale Pädagogik jenseits der Deutschen es aus? Ich finde die Stelle cool und überhaupt das Verhältnis von Nasrin zu Parvin interessant, weil es ist ja so, Nasrin ist eine lesbische Türsteherin, würde man sozusagen allgemein erst mal sagen, nicht klassischer Spießer, aber im Verhältnis zu Parvin fühlt sie sich manchmal total spießig. Es gibt so eine, dann später in einem, wo sie sich streiten, dann sagt sie irgendwann, ich bin wie ein Clown, der einen FBI-Sketch spielt und das stellt das so ganz gut dar, weil sie halt auch zum Beispiel einmal, sie kifft halt selber und dann merkt sie, okay, ihre Nichte kifft mit 14 oder was und sie überlegt, was sie jetzt machen muss und so ein bisschen doppelte Standards, also klar, es ist noch ein Kind und so, aber gleichzeitig, okay, wir wissen alle, irgendwann geht's los und dann gibt es die Mutter auch, wo man weiß, sie ist eine anstrengende Person, aber es ist halt zum Teil nicht einfach nur ihr Charakter, sondern das Trauma, was sie selber erlebt hat und was da so ein bisschen drin vorkommt, ist so, jetzt klopft es an der Tür, sollen wir hingehen? Der Weed-Bute, wir generieren das einfach. Nochmal, also was so ein bisschen das Überthema dieser verschiedenen Konflikte ist, also Hauptfigur mit ihrer Nichte und beide auch mit der Mutter beziehungsweise Oma dann. Spießigkeit durch Migration, oder? Also, dass man so versucht, bestimmte Regeln einzuhalten, weil man weiß, man sollte nicht unangenehm auffallen. Spießigkeit ist natürlich ein bisschen polemisch formuliert, weil Spießigkeit an sich ist ja sozusagen eher eine Einstellung, die man mitbringt, aber es ist vielleicht auch so ein softer Übergang, in was machst du eigentlich aus Zwang und weil es für dich besser ist, weil es objektiv für dich besser ist, unsichtbar zu bleiben, so gut wie geht und dich an Regeln zu halten und was wird sozusagen so langsam zu deinem Charakter oder Lifestyle und ich finde das ein irgendwie zu wenig beachtetes Phänomen, dass das auch, also das auch Migration und nicht nur Deutschness Leute spießig machen kann. Auf jeden Fall. Also es ist ja für sehr viele MigrantInnen so dieses, diese Zweifachbelastung von, du bist mehr, also du hast eine höhere Gefährdung als Leute, die deutsch sind oder sozusagen weiße Deutsche sind in puncto Rassismus und Antisemitismus und dann hast du andererseits auch weniger Anspruch auf Schutz, weil da irgendwie die Strukturen nicht so für dich greifen und um aus dieser Ohnmacht herauszukommen, setzt man sich so Regelwerke auf, um irgendwie so eine Sicherheit selber so herzustellen, indem man sagt, dann gehen wir zu den Uhrzeiten nicht mehr raus, dann gehen wir jetzt nicht irgendwie abends in den Park und saufen, dann machen wir nicht dieses oder jenes sagen unseren Kids, sie dürfen nicht mit Weed in der Tasche rumlaufen und so weiter und das macht auf jeden Fall, also es wirkt spießig, aber es hat halt auch so seinen Grund, warum es so ist und ich glaube nicht, dass Spießigkeit so ein kulturelles Ding unbedingt ist, so die Deutschen haben so einen sehr spießigen Ruf, aber ja, ich weiß es nicht, also genau, es ist so, ich würde sagen, Spießigkeit kommt auch drauf an, was spießig sein heißt, manchmal empfinden auch Leute das Setzen von Grenzen als spießig, also wenn ich jetzt sage, ey, wäre mega nice, wenn du deine matschigen Stiefel nicht auf meinen Teppich mitbringst, dann würden manche das spießig finden, oder wenn jemand sagen würde, kannst du bitte in die andere Richtung rauchen und nicht in meine Fresse rein, kann auch spießig wirken. Gibt es was, was du an dir total spießig findest? Ich glaube so meine Gewohnheit, dass immer alles so super ordentlich zu Hause sein muss, also wenn ich irgendwas so, ich bin halt so Marie Kondo Fan, das heißt, alles muss wieder zurück an seinen Ort, und wahrscheinlich, ich meine, es gibt ja so diese neue Spießigkeit, die so hip und so wirkt, aber eigentlich so leicht neurotisch irgendwie wirkt, wenn es um color-coded irgendwas geht, so Farben, so interior, insta-mäßig, wo man die Bücher, kennst du das, dass Leute, es muss ja alles beige sein, dass sie das mit dem Rücken drehen, dass sie das so drehen, dass im Bücherregal die Seiten nach vorne zeigen und es dann so eine weiß-beige Ja, ich hab's gesehen und ich heiße das nicht gut. Es ist so krass, Also so weit geht's nicht. Es gibt ja auch Leute, die dann so ihre ganzen so Reinigungsmittel, alles was Etiketten hat, von Etiketten befreien, um so diesen, wie heißt das, so Text Noise so weggenommen wird und ich meine, natürlich sieht das geiler aus, aber ich möchte ehrlich gesagt, wenn ich ein Buch suche, nicht 10 rausnehmen müssen und die Rücken lesen, um dann wieder zurück zu sortieren, um zu merken, ist das andere Regal. Ja, ich find das so, ich find das so crazy. Es macht mir fällig, dass es so Leute gibt, die das machen und das dann auch noch so Leute sind, die wahrscheinlich so aussehen wie wir und einfach denken, es ist voll cool, es ist voll clean. Ja, ich denk so ganz ehrlich, dann mach doch einfach einen Schrank mit Tür. Ja, Schublade oder so, Tür. Mach einen Vorhang vor deinem Regal. Ja, naja, okay. Ah, nächste Lesestelle kommt schon. Laut Plan, laut spießigen Plan, den ich mir hier vorbereitet habe. Ich gucke mal. Haare schneiden. Ja, 167. genau, also, es eskaliert zwischen den beiden, dann vertragen sie sich nicht so wirklich, aber es ist so einfach Waffenstillstand, dann geht's so weiter. Eines Nachmittags höre ich aus dem Bad Musik und das laute Geräusch von Metall, das auf dem Boden klirrt. Fuck, brüllt Parvin. Ihre Stimme klingt dumpf durch die Tür, als lägen ganze Kontinente und nicht nur eine Wand zwischen uns. Alles okay? Stille. Ich lege mein Handy weg und laufe zum Bad. Parvin, frage ich. Ich mache mir Sorgen, kannst du bitte aufmachen? Wieder keine Antwort. Einige Sekunden später dreht sich der Schlüssel im Schloss. Als daraufhin nichts passiert, drücke ich vorsichtig die Klinke herunter, öffne die Tür und betrete ein verwüstetes Bad. Der Boden ist bedeckt von Kleidung, einer Schere, einem Kamm, einem Trimmer und büschelweise Haar. Auf dem Rand der Badewanne sehe ich Parvin in ihrer Unterhose kauern. Das sind einfach so Corona-Szenen, glaube ich auch, Lockdown-Szenen. Hast du geweint, frage ich, als ob ihr Gesicht sie nicht ohnehin verraten würde und bekomme nur einen genervten Blick als Antwort? Warum sagst du nicht, dass ich dich zum Friseur bringen soll? So arm sind wir auch nicht. Weil Friseure behindert sind. Sie klingt genervt, aber auch frustriert. Ey, was habe ich dir zu diesem Begriff gesagt? Sie rollt mir den Augen. Weil Friseure scheiße sind. Ich lächle sie zufrieden an. Was lachst du so? Sorry, Nuschle, ich, warum sind Friseure scheiße? War deine Mama auch scheiße? Wann warst du zuletzt in einem Salon? Ich kann förmlich dabei zuschauen, wie es in ihrem Kopf zu rattern scheint. Nusch hat Parvins Haare immer selbst geschnitten, meistens bei sich zu Hause und nicht im Salon. Wenn mein Friseur keine Zeit für mich hatte, ging auch ich zu ihr. Anfangs war sie beleidigt darüber, nur die Notlösung zu sein. Aber jetzt bin ich froh, dass der monatliche Friseurtermin zu den wenigen Dingen gehört, die unabhängig von ihr existiert haben. Sie seufzt. Guck mal, ich war nach der Schule bei einem und habe genau gezeigt, was ich haben will. Und was sagt die Fotze zu mir? Geht nicht. Ist nichts für deine Haare. Ich sage, Lack was für geht nicht. Das ist original mein Haartyp auf dem Bild. Bist du blind oder was? Sagt die, Haartyp ist nicht das Problem, aber ich schneide dir keine Männerfrisur. Was für eine Männerfrisur? Ist die dumm? Ist jetzt alles, was kein Bauernzopf ist, eine Männerfrisur? Ich check nichts mehr. Und dann hast du probiert, das ganze DIY zu lösen? Was für DIY? Ich habe gesagt, ich scheiß auf deinen Laden und bin gegangen. Habe hier dann gesehen, wir haben sowieso einen Heimfrisursalon im Badezimmerschrank. Ich habe so ein YouTube-Tutorial angeschaut, sah easy aus, aber irgendwie habe ich es verkackt. Sie vergräbt ihr Gesicht in den Händen. Ach, Palwin, sage ich. Ach, Palwin, äfft sie mich nach. Ja, ach, Palwin, jetzt gehe ich morgen in die Schule wie so ein Opfer aus einer Sekte oder so. Was für eine Sekte? Habe ich auch auf YouTube gesehen. Das ist voll krank. Sie schneiden ihren Kindern die Haare hässlich, damit sie in der Schule gemobbt werden und keine Freunde finden. Ich versuche, ihren missglückten Haarschnitt zu verstehen. Doch es sieht so aus, als hätte jemand mit geschlossenen Augen versucht, jede fünfte Haarsträhne zu erwischen, aber jede dritte zwischen die Klingen bekommen. Willst du mir mal zeigen, welche Frisur du ursprünglich wolltest? Vielleicht kann ich ja noch was retten. Da gibt es nicht zu retten, Mann. Ich setze eine Mütze auf und bete, dass ich auf dem Schuhweg von einem Auto überfahren werde. Mein Blick muss so erschrocken aussehen, dass sie ihre Arme hebt und mir versichert, dass sie das nur so gesagt habe und ich nicht denken soll, sie wolle sich jetzt auch abmetzeln oder so. Du kannst doch bestimmt eh keine Haare schneiden, sagt sie schließlich. Woher willst du das wissen? Sie zuckt mir den Schultern. Jetzt zeig doch mal, was du eigentlich wolltest. Ich kann es doch mal probieren. Schlimmer als das kann es nicht werden. Widerwillig nimmt sie ihr Handy und kramt nach dem Bild. Aber ey, mahnt sie, bevor sie es mir zeigt. Versprich, dass du es wirklich so machst, egal ob du die Frisur magst oder nicht. Okay, sage ich und frage mich, was für eine Frisur es sein könnte, dass sie mich schockieren würde. Parvin hat mich schon mit sämtlichen lesbischen Haarschnitten, von denen zugegebenermaßen nicht alle immer so cool aussahen, wie er hofft, gesehen. Versprich es, Tante Nars. Ich hole tief Luft und hebe beide Hände hoch. Versprochen. Sie beißt sich auf die Lippen und hält mir das Handy-Display hin. Ein paar längere Locken in der Mitte. Kurze anrasierte Seiten. Definitiv ein Lesbenhaarschnitt. Meine Spezialität. Ist so krass, wie man sofort denkt, so Corona-Szene, oder? Oh, fuck it, ey. Hast du irgendwelche DIY-geilen Sachen oder Unfälle gehabt im Lockdown? Unfälle? Nee, die nicht. Ich habe ein paar DIY-Sachen gemacht. Zum Beispiel so Klamottenbleichen, Keramik. Das mit den Kerzen drehen habe ich noch nicht geschafft, aber ist immer noch auf meiner To-Do-Liste. So wie das Impf-Tempo ist, werde ich auch noch sechs, sieben Monate Zeit haben für den restlichen Lockdown. Nächster Loco-Kerzen drehen. Nee, habe ich auch noch nicht gemacht. Aber irgendwann kommen wir alle zu Kerzen drehen. Ich habe auch noch kein Brot gebacken, aber das habe ich auch nicht gemacht. Ich habe im November, als der Lockdown sich ankündigte, eine lange Liste von Dingen mir aufgeschrieben, die ich machen kann, damit ich keine Lockdown-Depression bekomme aus Langeweile. Und ich habe fast nichts davon gemacht, weil man hat immer noch so viel zu tun. Der erste Lockdown war halt geil, weil es war wie so Sommerferien, aber nicht ganz so geil. Ich habe auch nichts gemacht. Ich wollte kyrillisches Alphabet lernen, habe ich nicht gemacht. Ich wollte Bella Ciao, den ganzen italienischen Text lernen, habe ich nicht gemacht. Ich habe ein paar Sachen gemacht, so Wohnungen renovieren und so, aber ich habe noch ein bisschen für ein paar Lockdowns könnte ich noch füllen. Aber fuck it. Was ich eigentlich fragen wollte, der Umgang zwischen den Figuren ist teilweise total hart. Also sie streiten sich, sie beleidigen sich, sie brechen ab und zu mal mit irgendwas raus, was total lange so drin war und ein harter Vorwurf ist und so. Und es gab dazu eine Frage von Insta, wo ich aber, wenn ich sie jetzt so stellen würde, würde ich ein bisschen spoilern für die Leute, die das Buch jetzt noch nicht gelesen haben. Deswegen stelle ich sie ein bisschen anders. Es gibt auch Gewalt, die Leuten, also nicht nur sozusagen von außen angetan wird, sondern die auch zentrale Figuren aus dem Buch, anderen zentralen Figuren aus dem Buch, mal sehr abstrakt formuliert, antun. Und auf Insta haben so mehrere Leute, wie kann das sein, dass das passiert so? Und ich würde eher so fragen, war es für dich eine Überwindung, diese harten Szenen zu schreiben? Oder ist das sozusagen als spezielles Mittel, weil du dachtest, es wäre gut, wenn sowas passiert? Oder ergab es sich halt aus der Geschichte und du denkst, so sind halt diese Figuren? Letzteres, also es hat sich so beim Schreiben ergeben, es gab jetzt nicht von vornherein so den Gedanken, hey, wäre voll cool, wenn sie sich gegenseitig das und das antun. Und so ist es so dieser letzte Teil, der halt auch noch ein bisschen absurder wird als der Rest. Und ich glaube, man muss es auch so im Rahmen dieser Absurdität betrachten, weil natürlich heißt es nicht gut, wenn Leute irgendwie sich gegenseitig Gewalt antun. Und gleichzeitig es ist irgendwie auch so Gewalt, die von Erziehenden, so Kindern und Jugendlichen angetan wird. Und ich glaube, es gibt so viele normalisierte Gewalt von Erwachsenen, über die nicht gesprochen wird, die, oder wo du dann vielleicht irgendwann so drüber sprichst und merkst, oh, es war eigentlich ziemlich scheiße, aber sehr vieles, was so als Erziehungsstil gewertet wird, ist einfach krasse Gewalt und kann auch traumatisierende Folgen haben für die Kids. Und das ist jetzt aber so in your face gewaltvoll, dass man so, natürlich, also so, es ist krass, aber es hat irgendwie auch so was Spielerisches dabei, weil es irgendwie so absurd ist und ja. Es ist schwer drüber zu reden, wenn man nicht verraten darf, was passiert, ja, aber ich verstehe, was du meinst. Ich finde auch ein bisschen, ich glaube, solche Fragen ergeben sich vielleicht so ein bisschen, wenn man zu sehr in diese autobiografische Richtung denkt, weil bei anderen Büchern, wo Leute umgebracht werden zum Teil und so, stellt man dann, glaube ich, den AutorInnen nicht unbedingt so die Frage, wie kannst du sowas machen? Ich glaube, es ist eine Frage von Verhältnismäßigkeit auch, also es gibt sehr viel Gewalt in dem Buch und sozusagen, dass der Gewaltmaßstab der Protagonistin ist so relativ bei einer sehr hohen Toleranz und da sind dann vielleicht so Sachen wie, so ein bisschen wie, wenn du so rauchst und immer so nachwürzen musst, weil du nicht schmeckst und da ist dann, glaube ich, so das Limit woanders. Das heißt ja nicht, dass ich das gut finde. Ich bin ja nicht die Figur. Ja. Ja, und es gibt halt auch andere Gewalt, wo jetzt nicht Leute fragen, warum passiert das und das ist Gewalt von Nazis. Wir haben nicht mehr so viel Zeit, aber es gibt noch eine Leseszene zum Thema Gewalt von außen beziehungsweise wie sie sich anbahnt und das ist das letzte kleine Stück, was du vorliest. Ist eine Rückblende dieses Mal, also alles andere war in der Gegenwart und wir sind jetzt im Jahr 1995 in Lübeck. Als Aida endlich den Apfel hatte, drückten wir uns an der Menge vorbei zum Musikexpress. In ihm fahren wollte niemand, aber wir hätten uns nach einer Runde in dem blitzenden Rundfahrgeschäft übergeben. Wir waren hier, weil alle hier waren, für die gute Stimmung und für die Musik. Schon die Verzierung der Metallinstallationen suggerierte mit aufgemalten Notenschlüsseln und tanzenden Leuten hier geht die Party. Die Songs hätten zwar besser sein können, aber wir beschwerten uns nicht. Gratis-Disco war besser als nichts und wenn wir Glück hatten, spielten sie in ihrer Rotation etwas von TLC. Im blinkenden Licht des Musikexpress war es leicht, die Welt außerhalb der besprühten Wände des Karussells zu vergessen. Zumindest für einen Abend. Durch die Rauchmaschine wirkten die Strahlen nicht so grell, sondern milchig. Die Sicht auf alles wurde weicher. Die coolen Jugendlichen tanzten, grüllten laut mit. Ein Typ brüllte den Text zu irgendeinem fettes Brotsong in die vorbeirasenden Wagen hinein. Wir waren nie die coolen Leute. Ich fragte mich, ob die penetranten Lautsprecheransagen per Knopfdruck abgespielt wurden oder ob wirklich jemand in diesem kleinen Glaskasten saß, der die Eintrittschips verkaufte, das Gerät steuerte und MC-mäßig Los geht's, geht's, geht's ins Mikrofon reinmoderierte. Jetzt kam Scooter. Hyper, hyper, brillte Nusch mit und hüpfte, bis ich sie festhielt aus Angst, sie falle gleich in die fahrenden Wagen hinein. Wo blieb Felice? Nusch schubste mich von sich. Entspann dich mal, rief sie mir zu und holte aus ihrer Handtasche eine PET-Flasche raus. Seufzend trank ich einen großen Schluck, dann noch ein und noch ein. Langsam konnte auch ich etwas loslassen. Aus dem schwebenden Nebel über den Kratern in meinem Kopf wurde ein mysteriöser Rauch. Er wechselte seine Farben, ich dampfte meinen Hirn mit bunten Bängalos ein. Ich schloss die Augen, versuchte mit der Musik mitzugehen. Erst fühlte es sich komisch an, erzwungen, aber dann, nach ein paar Sekunden, wurden meine Bewegungen fließend. Auf der Playlist ging es weiter. Ich erkannte den Beat und ließ mich in ihn hineinfallen. Scheiße. Jeevans Stimme riss mich aus meinem High. Ich fiel zurück in das stillernde Häuschen des Musikexpress und landete hart. Aida und Jeevan sahen gestresst aus, während Nusch zwei Meter von uns entfernt irgendeinem Jungen die Zunge in den Hals steckte. Ich folgte Jeevans ängstlichen Blick. Fünf breitgebaute, riesige Typen hatten sich neben der Kasse versammelt. Richtige Schränke, jeder mit einer Glasflasche in der Hand, alle hacke dicht. Einer von ihnen, der mit dem Gesicht zu uns stand, trug ein Lonsdale-Shirt und hatte hässliche Tattoos auf den Armen. Beim genauen Hinsehen erkannte ich, dass einer seiner Kumpels in der anderen Hand eine schmale Metallstange hielt, die er zum Takt der Musik mitschwingen ließ. Aida schlug vor, so unauffällig wie möglich, über die andere Seite rauszugehen und abzuhauen. Entschlossen lief ich auf Nusch zu, die dem pickligen Jungen mit der Nickelbrille gerade ihr Bauchnabelpiercing zeigte. Wir müssen sofort gehen, bitte mach jetzt keine Szene, flüsterte ich ihr ins Ohr. Was? rief sie so indiskret, dass ich ihr am liebsten eine klatschen wollte. Ich hab gesagt, wir gehen, zischte ich und schaute sie eindringlich mit hochgezogenen Brauen an. Sie verstand und verabschiedete sich von ihrer neuen Flamme. Mit schnellen Schritten liefen wir im Rücken der anderen Gäste zum hinteren Ausgang der Bahn. Bei meinem letzten Kontrollblick waren die Glatzen noch mit dem Kartenkauf beschäftigt gewesen. Wenn nichts schief lief, kamen wir unversehrt davon. Ich schielte prüfend nochmal zur Kasse und rempelte aus Versehen niemanden an. Augen nach vorne, Kümmelfotze, brummte eine tiefe Stimme, aus der die Überlegenheit kaum auszublenden war. Erschrocken schaute ich hoch und erkannte einen der Nazis. Ja, Nazis sind ein Problem in echt und in deinem Buch und es geht viel um Gewalt, um Terror, aber auch um Aktivismus und Widerstand. Die Figuren im Buch gründen eine migrantische Antifa-Gruppe als sie noch jünger sind und machen dann zum Beispiel sowas wie Kampftraining, was ihnen so nicht so viel bringt, wie sie sich erhoffen und ja, so ein gewalttätiger Widerstand ist ja gerade auch wieder so ein bisschen ein Thema. Es gibt dieses Lied, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Danger Dan kennst du oder kennen wir alle und es ist so ein bisschen eine Diskussion sozusagen, wann darf man Gewalt anwenden, wenn man von Gewalt betroffen ist. hast du so das Gefühl, wir reden eigentlich schon genug über Formen von Widerstand und Aktivismus oder zum Beispiel welche Formen von Aktivismus oder Widerstandsarbeit tut man eher so für sich, um das Gefühl zu haben, ich tue was. Also ich hatte das Gefühl so bei diesem Kampftraining ist so ein bisschen auch Beschäftigungstherapie, weil ganz ehrlich, wenn dich jemand erschießen will, ist egal, ob du dich rausrollen kannst aus irgendeinem Griff oder so. Oder hast du das Gefühl, wir müssten noch aktiver über so verschiedene Varianten reden von Aktivismus und Selbstverteidigung? Ich glaube, wir können darüber nicht genug sprechen und natürlich gibt es so Sachen, die machst du eher, um dich so selbstbewusster zu fühlen, wenn du unterwegs bist. Aber es gibt auch so Vorsichtsmaßnahmen, die auf jeden Fall so hilfreich sind, wenn es irgendwie darum geht, so datenschutzmäßig sich sicherer zu bewegen. Also so die absolute Sicherheit ist sehr, sehr schwer hinzukriegen, aber es ist schon mal irgendwie ein Start zu gucken, hey, mache ich Insta-Stories aus meinem Zimmerfenster heraus, dass alle Leute sehen können, in welcher Straße ich wohne zum Beispiel. Also das ist so so eine normalisierte Art, so seine Daten so zu veröffentlichen, die so zu wenig hinterfragt wird beispielsweise. Und gleichzeitig gibt es irgendwie so Sicherheitsmaßnahmen, die du treffen kannst und die im Zweifel, also in dem Moment einfach nicht effektiv sind. Du kannst auch mit Gewehr die ganze Zeit rumlaufen und dann am Ende kommt irgendwie von oben was auf dich runtergeschmissen oder sonst was. also die, wie effektiv es ist, ist dann so ein bisschen situationsbedingt, würde ich sagen. Und gleichzeitig landet man bei dieser Gewaltfrage so oft bei so einem Hufeisen, bei dieser Hufeisentheorie, in der man so sagt, Linke sind genauso schlimm wie Rechte, wenn sie sich gegen rechte Gewalt wehren oder so. Und da möchte man auch jetzt auch nicht groß rein in diesen Teich. Nee, da möchte man nicht rein. Ja, aber das mit der Sicherheit, ich weiß, was du meinst. Also ich habe auch manchmal so das Gefühl, wenn so Leute, keine Ahnung, irgendwie eine Schriftstellerin schreibt so auf Facebook, hier, ich vermiete meine Wohnung, sie ist dort und dort. Wer hat Bock, öffentlicher Beitrag? Und ich denke so, bist du wahnsinnig, löscht das, das ist total gefährlich. Aber es ist halt keine politische Autorin. Die Person wird nie irgendeinen Ärger deswegen haben, weil sie ihre Adresse irgendwo reinschreibt. Und ich habe manchmal so das Gefühl, ich müsste dann Leuten sagen, mach das weg, mach das weg. Aber ich... Man will auch nicht so übergriffig sein. Das ist ja auch überhaupt nicht relevant. Also die können ihre Kinder fotografieren und posten, ihre Terrasse, die können Impressum auf ihrer Webseite haben und Leute schicken vielleicht mal Blumen zum Geburtstag und andere kriegen halt Bomben. Also manchmal denke ich so, es gibt, auch wenn Leute so Kultur machen, Bücher schreiben, Musik machen, keine Ahnung, es gibt so die eine Welt, die müssen gleichzeitig die ganze Zeit politische Arbeit für sich selber machen und die andere, die sind so, hier ist meine Adresse, schick mir einen Post, wenn du willst. Ja. Hier sind meine Kinder, meine Eltern heißen so und so, whatever. Es sind verschiedene Welten. Aber egal, ich wollte eigentlich was anderes noch fragen zum Thema Therapie. Ich fand eine super gute Stelle, das ist glaube ich auch, das ist meine vorletzte Frage, wir haben ja noch drei Minuten. Okay. Eine super gute Stelle, ich lese kurz vor und zwar Nasrin, liest irgendwas und hat dabei Gedanken und dann schreibst du, ich höre immer wieder die Stimme meiner Therapeutin in meinem Kopf. Sie können nicht vor allem wegrennen, Frau Besadi. Ihr lückenhaftes Gedächtnis oder ihre Krater, wie sie sagen, die sind nicht größer als sie. Sie können lernen, auf diesem unebenen Boden zu laufen, ohne dabei einzuknicken. Und ich fand dieses, diese Sache, die du mit dir rumträgst oder diese Krater, heißt es in dem Buch immer oder diese Löcher oder whatever, das ist nicht größer als du. Das fand ich irgendwie so eine gute Stelle, obwohl es auch so ist, so Therapeutin spricht, aber es auch richtig, wie meistens bei diesen Sachen. Aber Therapie von Deutschland, ist es möglich oder nicht? Also, weil eigentlich ist das die Frage, oder? Ja, das ist halt das Ding, wenn du so, wenn deine Traumata nicht nur aufgrund so persönlicher Dinge irgendwie da sind, sondern auch aufgrund struktureller Dinge und da kannst du Therapie machen, wie du willst und so dir Werkzeuge aneignen, um besser damit klarzukommen. Aber du kannst so viel Therapie machen, wie du willst. Manche Dinge, keine Ahnung, Kapitalismus lässt sich nicht wegmeditieren. Es wäre schön, wenn es ginge. Dann würde ich auch meinen Meditationshocker, der auch so eine Corona-Lockdown anschaffen von mir war, auch endlich mal nutzen. Ja. Ja. Eine letzte Frage. Es haben Leute gefragt, kannst du das Ende erklären? Nee, oder? Weil es geht halt nicht aus Servicegründen, weil man kann nicht spoilern für die Leute, die es noch nicht gelesen haben. Erstens das und zweitens bin ich auch nicht so ein großer Fan davon, als die Person, die ein Buch geschrieben hat, so einen Interpretationsschlüssel. Königserläuterung. Ja, ja, nee. Das können wir leider nicht machen. Tut uns leid. Aber eine andere Person hat auch geschrieben, feiert oder ich feiere das Ende oder so. Aber zwei Leute haben geschrieben, Pocket of Emma hat geschrieben, kommt eine Fortsetzung und wenn ja, bald. Und noch jemand anders hat geschrieben, gibt es einen zweiten Teil. und wie kann Mensch so ein krasses Buch schreiben? Also wirklich ernst gemeint, woher holt Mensch sich so ein Durchhaltevermögen und lernt so perfekt metaphorisch ausgefeilte Sätze mit so viel Sprachgewalt zu schreiben? Also daraus annehme ich hauptsächlich. Gibt es einen zweiten Teil, hättest du Bock nochmal einen Roman zu schreiben? Vielleicht sogar als Fortsetzung von diesem. Also ich hab auf jeden Fall Bock noch weitere Romane zu schreiben. Ob es davon eine Fortsetzung geben wird, schließe ich nicht aus, aber es wird auf jeden Fall nicht das Nächste, was ich machen werde. Also wird es einen zweiten Teil geben? Vielleicht, aber nicht bald. Okay. Dann würde ich sagen, war es das. Vielen Dank dir. Leute, stay tuned, falls es einen zweiten Teil gibt oder was auch immer als nächstes von dir kommt. Kauf das Buch, lest die Kolobene, hört den Podcast. Ihr findet alles im Internet und im Buchladen. Und danke fürs Zuschauen. Ciao. Vielen Dank. Tschüss. Ich bin schon so immer wie in so einem Zoom-Meeting. Ja, tschüss. Tschüss.